Guten Tag, mein Name ist Dorothea Schwabe, ich bin 46 Jahre alt. Ich habe langjährige Erfahrung im Schauspiel und in der Live-Moderation. Darüber hinaus war ich die Oberbeuchsstimme für einige Videoprojekte. Vielleicht stehe ich ja auch schon bald für Ihr Unternehmen vor der Kamera oder bin die Stimme, die durch ihren Film führt. Dorothea Schwabe für die Bergische Innovationsgesellschaft.